hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von last epoch wir sind schon weit gekommen wir sind jetzt schamale geworden und müssen jetzt imperial area hier ab dem outcast camp weiter laufen und jetzt geht es eigentlich relativ schnell wir bekommen auch idol slots gleich also mehr und ja vor allem dann springen also sammenspringen und dann springen form und dann geht es so richtig los ja ich freue mich riesig auch auf einen breitigen live stream dann wenn wir so ungefähr ich weiß nicht ich muss ja eigentlich nicht mehr so die kampagne zeigen da ich das schon mehrmals gezeigt habe einfach die alten let's play parts anschauen vom vorigen also vom 20er let's play und jo ich will einfach vorwärts kommen weil ja der patch erscheint wahrscheinlich diese woche die jetzt dann kommt es ist bei mir jetzt freitag natürlich aber ab montag könnte es dann jeder tag kommen ich glaube die kommen immer am donstag oder freitag abend also in einer woche geht es dann los mit dem patch und dann wird halt alles überarbeitet ich weiß nicht ob der bild da noch weiter gut spielbar ist wahrscheinlich schon werden die ranken dann nochmals gebufft fahren vom aussehen her also das ist sicher dass das aussehen viel schöner dann ist sie sehen jetzt einfach so aus würden es kleine ranken sein und die werden dann noch mit plätzern und so dekoriert ob sie werden auch ein bisschen dicker werden wir denn sehen also die seht ja die ranken jetzt momentan noch nicht aber die kommen eben ja wenn wir zusammen springen haben dann könnt ihr dort auch draufskillen glaube ich aber es lohnt sich glaube ich nicht so sehr auf diesen weg zu gehen ja vielleicht schon machen wir einfach mal zusammen springen solange wir springen form noch nicht haben das sind halt zwei komplett anderes käse auch wenn sie gleich heißen ungefähr und ja wenn wir zusammen springen einsetzen können wir halt dann zusammen springen nicht mehr einsetzen also wir müssen immer wieder mensch werden damit wir einen neuen casten können ich weiß nicht ob die auch entfernt werden aber ich glaube nicht ja ja die sind noch drin aber eben neu casten können wir dann nicht ja er hat einfach vier eigenes käse oder drei ne sind vier einer fehlt glaube ich ein slot ok gut nicht getroffen der macht nämlich viel schaden wird ein bisschen zu schnell von den monstern ausgeführt man kann kaum ausweichen ähm ja mit meinen coolen äh ja glasscan bilds bin ich da manchmal gestorben früher war noch viel stärker da hat zwar einen schuss eigentlich ein magier oder so verwandelt das war lange zeit einer der opisten angriffe von monstern bis die siege golems auftauchten und da diese feuerwesen bei elementaren ja extremst schwer aber ja mittlerweile toten ja auch mehr defensive items ja ich weiß noch ich hatte die ganze zeit noch defensiven items gesucht und was kam burning damage und so sachen also völlig offensives zeug war nicht so balanciert von solo self hand und so naja also wenn man einfach den charakter neu beginnt mit null items kann man ja solo self hand wählen genau so nochmals ein bär man kommt schnelle vorwärts ähm das ist auch ein schadenform und jo ich sehe jetzt die erfahrungsleiste nicht ja das geht nicht mehr so lange ja der fenstermodus ist halt schlimm und ähm im vollbildmodus lag in manche gebiete auf maximaler grafik ich habe halt alles verfolgt naja ist nicht so gut optimiert also die engine ist einfach schlecht weil sie unity ist und die ist freeware und ähm ja sehr anfänger freundlich ach sie ja anfänger haben halt einfach probleme mit der performance wie zum beispiel ähm ja eleven to earth games auch die sind nicht anfänger die haben einfach das problem dass die engine anfänger freundlich ist da können sie das nicht soo gut und schnell fixen wenn sie nicht mehr so viel schaden machen naja da gehen wir halt nicht so viel aus denn so jetzt auch wieder ein bisschen schneller am ende das ist so ein typischer ja ausgegner von magier und beim kämpfer es gibt scheinbar ein neues kill dann ähm ein messewurf ich weiß nicht wie er heißt nicht mehr wie er heißt können wir aber kurz nachschauen ähm machen wir das gleich weil wir sind hier an einem wegpunkt ähm ja ich kann es ja nicht so gut zeigen ähm Sven's ist das klein ähm umbral blades umbral blades heißt er ach komm der Pigeon der zweite Pigeon ist so weit weg weil das Pult so schlecht ist weil er so klein ist so umbral blades ähm dankeschön das game ist im weg ähm ja umbral blades ist ein dreier angriff also zwei normale angriffe glaube ich und der dritte angriff tut die blades die klingen wieder zurück zu euch teleportieren so das leckt leider ein bisschen das video also ein angriff zwei angriff und dann wieder zurück also sie kommen jetzt zurück wenn er teleportiert kommen sie wieder zurück das teleportieren nach oben und die schwerter kommen zurück ja und dann gibt es so modifikationen ähm das beste ist eigentlich das mit dem wirbel das weiß ich gar nicht da diesen wirbel finde ich am besten aber es macht wahrscheinlich nicht gerade so viel Schaden na doch könnte ich schon viel Schaden machen ja bei zurück kommen und so das ist jetzt nicht unbedingt glaube ich so stark so dann machen wir weiter ja ich tue auch auf sehr gute qualität hochladen dann sind so ähm Dinger äh videos und so sind halt ein bisschen weg wieder weiß es auch nicht wieso aber das ist auch der OBS das ist schon eines der performance freundlichsten ähm ja aufnehmen und streaming programme aber nicht gerade so ähm ja dass man gleichzeitig mehrere sachen machen kann es ist halt einfach semi-core also das machen wir noch nicht wir gehen hier oben durch auch ja hier oben ist wieder einer also ja oh der Angriff ist sehr sehr groß jetzt den Krähen so jetzt im Endeffekt also wir müssen weiter auf Droide das dauert halt noch einige Zeit Poison Resistenz brauchen wir noch nicht deshalb diesen Angriff noch weiter so und dann haben wir auch bald die Summon Spriggen die Summon Spriggen also ich weiß nicht ob ich dort wechseln soll aber eigentlich lohnt sich schon weil die sind halt stärker als ähm Ding äh sag schon ja einfach ein paar Buffs für die Totums oder so die machen dann natürlich auch sehr viel Aua aber ich weiß nicht ob die Ranken Summon Spell Damage ist eigentlich ja nicht Ranken Magier ich bin ja Nahkämpfer also eigentlich müssten wir ah es gibt einen Angriff den wir noch skieren müssen bei den Ranken genau und der Angriff der ist Summon Spell Damage bestimmt ja also so Ranken Schüsse genau und die Totums natürlich auch noch so ich tue eigentlich immer die Kiste mitnehmen da unten aber ja es lohnt sich nie hä äh wir sind verbockt jetzt geht's ab ok als wenn es dir ging einfach weg hm gut also ähm jo ich freue mich riesig auf den Patch weil endlich wird meine Lebensklasse überarbeitet und daaaann könnten wir dann auch mal wieder ein Dreadon spielen weil ähm dann ist der Dreadon natürlich wieder viel stärker weil das ähm dieser Ranke ähm dieser Donnenschuss eher der ist dann wieder eher physical damage also eigentlich ganz und deshalb lohnt sich Dreadon wieder mehr zu nehmen ähm können wir EasyEye schon wirklich von Anfang an sehr gut spielen da haben wir noch eine Quest glaube ich ah das ist die also dann machen wir doch mal zuerst die Quest mit dem äh Dingweiter mit dem College also die Quest wir jetzt gerade gemacht haben das war das College ich komm nicht rein deshalb müssen wir eine Medaille oder also ein Erkennungszeichen nehmen bin glaube ich falsch nicht bin ich doch falsch ja es zeigt nicht so richtig an welche welche Map es ist hm ja es ist die Map aber es ist näher an dem anderen Punkt leider immer noch schwer Asthma tut mir leid wenn ich manchmal rösten muss ja ich hoffe dass ihr trotzdem Spass habt mir zuzuhören ja das ist halt immer das ist problematisch wieviel Asthma kranken kranken gerne einsteigen würden das geht einfach nicht man hat immer im Hals und im Bronchien Probleme dann also einfach an die die allergisches Asthma haben ist viel schlimmer als das Asthma mit dem ja nicht vor Ort treiben können oder so ja ihr seid dann natürlich extremst eingeschränkt weil auf viele Sachen seid ihr bisschen allergisch sei es Hausstaubmilben oder Katzenhaare oder Erdnüsse es gibt so als Gräserblüten ihr seid auf alles allergisch das ist schlimm auf Koko was nicht das Koko nicht Kokosnuss so Co na so ich darf es nicht sagen haha ja man sollte es nicht sagen das ist natürlich nicht gerade so ein tolles Ding ich dachte um so 25 Medikamente scheinbar und dann köchhustend im Krankenhausbett liegt ja ist nicht gar so toll also liebe Leute alle impfen sehr wichtig ja hm 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 jo dann müssen wir wieder nach oben danke wenn man merkt dass du so weit oben bist jo also wir wieder einen Skillpunkt mehr ja am meisten ist man so 4 geradeaus ähm ja denke diesen Akt wenn man dann die Fähigkeiten bekommt mit 15 äh zweitklassen Anforderungen ja 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 ich weiß ja nicht also Birken kann man auch essen die Rinde kann man essen und ich glaube auch die Plätscher oder so haben die Nüsse ich glaube die haben so kleine Nüsse die Birken sehen halt auch mega cool aus also in Minecraft oder so ähm bin ich nicht so der Fan von so hellen Holz das ist ein bisschen falsch ja doch nein es ist schon richtig Birken haben wirklich so helle ähm weiß ich nicht immer das nicht Fleisch haha einfach Holz das Holz innerhalb von den Stämmen ähm ja von der Rinde jo und ähm ja es schmeckt halt schon extremst nach Möbelhaus haha also ich glaube Birken kommt vom Geschmack her am nächsten vielleicht auch Fichten vielleicht auch Fichten schmeckt schon extremst künstlich also es schmeckt jetzt nicht gerade nach Holz schmeckt so irgendwie wie nach ähm Putzmittel oder so genau kann ich es nicht sagen ich bin jetzt nicht der der die ganze Zeit an Rindenholz äh nein an Birkenholz ähm schmeckt riecht aber ja ich bin jetzt nicht der Holzprofi ich habe zum Beispiel lange nicht gewusst was eine Fichte ist weil wir sagen in der Schweiz Föhre zu der Fichte da plötzlich irgendwann mal oh Gott da sind ja die Bäume die bei uns so extrem oft wachsen weil wir eine bergige Gegenteile also das Tafeljura wo ich wohne das ist südlich von Basel das ist ähm schon recht gebirgig also ja der höchste Punkt ist 1200 vier Meter in dieser Region der Pass Wang und die hohe Winde gleich gross es sind zwei Berge nebeneinander die gleich gross sind auf den Meter gleich 1.204 Meter und dann gibt es noch die Hasenmatt die ist 1.404 glaube ich eigentlich oder 1.434 irgend so etwas und weiter drüben im französischen Gebiet ähm Neuenburg ist dann 1.000 ist der 1.800 nein doch fast 1.800 ja dann gibt es noch im Mittelland den äh Napf und dann weiter unten schon ähm was soll ich sagen der ist ähm über 2.000 2.400 oder so ja und dann fängt es schon eigentlich so mit Pilatus und eben Hogan eigentlich die Alpen an ist wirklich wunderschön also sehr zu empfehlen mal in die Schweiz einfach mal in die Schweiz zu kommen ja jetzt momentan wegen dieser schweren Krankheit geht es halt nicht aber sobald die dann wieder ein bisschen abgeflacht ist mal in die Schweiz kommen ist jetzt auch nicht so teuer wie ihr denkt also die meisten Hotels sind richtig günstig und das Reisen ist jetzt auch nicht so teuer wie ihr denkt ihr müsst ja nicht mit dem äh Glacier Express fahren haha der führt ja sowieso waagerecht also von West nach Ost und von Ost nach West ihr müsst ja von Nord nach Süd kommen wenn ihr in Deutschland wohnt sonst müsst ihr ja nach Westen kommen wenn ihr in Österreich wohnt oder so Ostdeutschland ja und ähm ja ich liebe natürlich Deutschland auch sehr Österreich liebe ich sowieso vor allem das Tirol und Vorarlberg ja also Niederösterreich mag ich auch sehr ja ah also vor allem der ähm der grosse See wie heisst der jetzt schon wieder wie heisst der grosse See schon wieder haha gerade keine Ahnung Gartersee nein Gartersee ist in Italien uff keine Ahnung tut mir leid jetzt habe ich etwas ausgesprochen das ich eigentlich gar nicht aussprechen wollte weil ich es nicht weiss so machen wir noch den Drachen wie knapp aber den Drachen können wir jetzt zwölfst mal machen diese blöde Höhle hier oben die machen wir dann im nächsten Part ist leider ein bisschen zu lange es sind zwei Ebenen die sich extremst ziehen ist leider eine meiner Horse Quests in diesem Game aber dafür bekommt man zwei Skleepunkte einfach für Swipe laufen haha da sollen sie um die Hälfte abkürzen bitte so wow seit wann ist das so mega funkelt uuuuuh nice nice hm ich glaube schon länger aber nicht so intensiv das ist einfach wegen den besseren Grafikeffekten ich muss ja im Last Epoch relativ reduzieren auf sehr hoch und ähm Ultra ist natürlich schon ein Zocken noch nie schöner ähm jo wenn ihr wisst wie man die Grafik noch besser machen kann vielleicht mit Reshade oder so könnt ihr das gerne mir erzählen also wenn ihr irgendwie Games kennt die sich noch viel verschöndern lassen außerhalb vom Optionsmenü dann könnt ihr die gerne nennen mich interessiert so etwas ähm eventuell mache ich das dann später best kind da mache ich ja ein Rundspiel let's play ja let's play wird es jetzt nicht unbedingt zu sein also es wird schon ein let's play sein in dem Sinne dass ich alles zeige und natürlich mache ich sehr viel mit Story zum Beispiel gibt es ja dieses Herfire Addon und da kann man ein Leben führen mit einem Haus mit einer ähm ja Frau und mit Kindern die man auch adaptieren kann jo und dann hoffe ich gibt es bald mal wirklich gute Rundspielmod ähm ich würde gerne einen selber machen aber ich weiß leider meistens nicht wie sondern wie man halt einfach Sounds macht und wie man halt anfügt dass ihr zum Beispiel ein Sprecher sein könntet das wäre geil wenn ich das wüsste so mit Soundeffekten kann ich halt auch nicht so umgehen werden wir ja dann sehen vielleicht gibt es ja Hilfe ich werde auf jeden Fall bald dann mal leistin wenn ich modde vielleicht kann ich dann ja mit Unity oder so dann mal ein Spiel machen ähm hallo Taskbar geh weg ach wie sehr ist die so lange angezeigt ja 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 der Fenstermodus komplett der Müll in diesem Kern das Fenster ist ja bis nach unten rechts eher also es verdeckt leider unten und unten rechts viel im Spiel also ich kann es ja mal zeigen ähm genau hier ist der Balken also das sieht man gar nicht die Schrift hier unten nein was steht da tp warte sei das mach mal kurz ach Spar Spar steht ok und hier ist auch die Ecke hm sieht man die hier sieht man jetzt die Maus gar nicht das Spielparkt jetzt sieht man wieder die Maus ja hier also genau hier wo ich bin ist die Ecke und hier auch ist einfach das Bild begrenzt ja ja typisch 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 wow die alten Gotze Vitalität Leidling Damage gar nicht hm ok gut haben wir nicht so eine Heizung, Kollege? ja ehm die lassen sich so schlecht aufsam ja ja der ähm Stormtoten kann er nicht sehr stark werden aber wir haben einfach überhaupt nicht die Eignis dafür das ist sowieso einfach nur ein Beiwerk und mehr beschweren können wir leider auch nicht wie wir langsam gemacht wurden vom Drachen ja Drachen der Drache ist tot ähm ja Drops sind nicht so gut und jetzt bekommen wir natürlich wieder die Doll Slots über Ich glaube, drei immer. Warte mal, ich mache nur zwei. Ich weiß jetzt nicht, diese Quest. Also wir haben fünf. Nein, vier. Vier haben wir. Dann müssen wir wieder hier zur Stadt. Ich finde die Stadt so geil, so in einem in einer Höhle, in so einer Grotte. Und da mega weit rund und alles. Richtig geil in der Stadt. Plus zwei, ja. Hier gibt es zwei. In den nächsten Quests glaube ich auch zwei. Also jetzt könnten wir große hin tun. Die kleinen machen natürlich nicht so viel Schaden. Cold Damage. Die bauen Physical Damage. Okay, wir haben überall Cold Damage. Das ist natürlich Unsinn. Okay. Da habe ich es einfach noch gemacht wegen Eisturns. Eisturns, genau. Ja, Eisturns. Aber, ja. Natürlich Physical mit den Totems. Die machen den Schaden. Genau. Also. Dann geht es im nächsten Part hier weiter. Ähm, genau mit der Höhle. So. Dann, Dankeschön für's Schauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Part.